Was ist das? Kommt er mit Granaden an? Kommt er oder was macht er? Der ist straight. Ne, der will snipen, der Typ. Wäre das sein können, dass es ein Hurensohn ist. Das sind sie meistens nämlich. Lauf den Sack. Ich geh weg, ich hab keine Lust mehr. Ja, ich geh irgendwas anderes machen jetzt hier in dem Game hier. Geh mal diesen komischen grünen da nerven. Die FPS hier sind mir viel zu schlecht. Kein Bock mehr. Die haben uns beide zweimal angehittet, ne? Ich hab schon wieder Cops, ey. Ich hab schon wieder Cops. Natürlich. Die hat so ne schlechtes Drive, die hat... ...gegen den du da faltest. Ich bin halt selber nicht besser, weil ich zwei Monate nicht gezoppt hab. Ist gut. Ich neff jetzt den hier hinten. Ich neff jetzt den hier hinten. Oh Junge, Alter, wie krank weit weg ist denn der? Ich treff ab 50 FPS nichts mehr. Kannst schon vergessen. Alles was drunter ist, ist Hölle. Der Typ hat wieder nen Jet, ne? Der Typ hat wieder nen Jet, ne? Ja, der macht gar nichts. Den kann ich ignorieren, der macht nichts. also ich kann das nicht mehr runterbringen. Ich selber jetzt aus. Ich sehe nicht mehr da. Das konnte ich schon sehen. Evo. Hier steht ein Panzer rum. Warum steht hier ein Panzer? Soll ich den wieder nerven gehen bei dir, oder? Nee, den Terrorbyte kannst du nerven. Junge, Alter, also seineswarns, ne? Den Terrorbyte? Achso. Wenn ich da hingehe, dann wird er mich safe abschießen, deswegen. Ist eigentlich schon ein hoffnungsloser Fall. Er wird mich nicht sofort abschießen. Ich geh mal zu euch. Guck mal was er macht. Wenn er mich anschießt, dann mach ich mit. Jetzt sind die FPS vielleicht nicht mehr so schlecht. Vielleicht. Ist eigentlich grad schon echt unfair, was ich mache, ne? Weil ich spiel den VST und er nicht. Der ist auch schlecht. Wenn man es nicht tut. Woher rennt der, Digga? Woher guckst du? Die fahren jetzt mit dem blauen Auto durch die Gegend. Der hat dich im Visier. Der hat dich im Visier, ne? Ja, der ist nett. Der will nicht, der will nicht, dass ich ihn einzeln hole. Ich könnte ihn jetzt so easy weghellen, ne? Aber, Junge, der hat dich im Visier, ne? Das feiert der jetzt nicht so, ne? Ja, du musst abfahren, der findet das nicht gut. Jetzt fahr ich weg, jetzt fahr ich weg. Fahr weg, fahr weg. Ich fahr jetzt weg. Als ob der... Was? Junge, was ist das? Achso. Der zeigt nicht, dass es BSC in dem Spiel gibt. Eieieieie. Ja, ja, aber ich hielt ihn auch extrem schnell an, ne? Das muss ich dazu sagen. Also, ich brauch nicht gerade lange, um den zu killen. Ach, da sehe ich wahrscheinlich ein Video angeschaut auf YouTube, dachte sich, oh, sieht cool aus. First-Person-Snipe. Ja, der hat BSC, der BSC, der BSC, der Digga. Oder ist der CO? Nein, der ist MC. Der hat kein BSC. Außer Modeln. Der Typ hat sich wahrscheinlich ein Video angeschaut, hat sich ein Triad-Outfit kopiert, ist in eine Triad-Crew reingedrottet, jetzt macht er einen fetten Triad. Yes, he's killing himself. He's got a 15 KD. Der Typ, der wird denken, ehrlich, dass ich hackereich. Da kommt ein Jet, ne? Durch den Busch, alter, durch den Busch. Ist das noch da? Ja. 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 Das baue ich meinem BSC, weil ich gemoddet werde. Danke. und ich wurde gekickt von dem modder toll das war's mit der lobby ich komme da nicht mehr rein ist nämlich ein votekick also ein votekick modkick wenn du weißt was ich mein so ein dricks game alter jetzt versucht er zu schreien die mod kicken mich jetzt auch weil er denkt dass ich mir das geschrieben dass das so modisch ja den typen der wir die ganze zeit gekillt haben den pinken das war's mit dem das war's mit dem